Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Finanzminister Blümel, dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz Stelzer, Städtebundpräsident Ludwig und Gemeindebundpräsident Riedl und ich ersuche um den Herrn Bundeskanzler und sein erstes Statement. Bitteschön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Pressegespräch begrüßen und Sie heute gemeinsam mit dem Vizekanzler, mit dem Finanzminister, aber auch mit Vertretern der Bundesländer und der Gemeinden über das Gemeindepaket informieren. Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben im Moment zwei Ziele, an denen wir auf Hochtouren arbeiten. Zum Ersten die Ansteckungszahlen weiterhin niedrig zu halten und alles zu tun, um diese weltweite Corona-Pandemie in Österreich bestmöglich unter Kontrolle zu halten und zu bewältigen. Und zum Zweiten haben wir natürlich das Ziel, die Wirtschaft zu beleben, die Wirtschaft schnellstmöglich wieder hochzufahren und so möglichst viele Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern. Das sind die zwei Prioritäten, an denen wir als Bundesregierung Tag und Nacht im Moment arbeiten. Und gerade beim Thema regionale Wirtschaft ist natürlich die Gemeinde, die Stadt, die Gemeinden, die Städte ganz, ganz entscheidend. Wenn wir davon sprechen, die Wirtschaft zu beleben, dann wollen wir das vor allem auch durch regionale Investitionen in den Regionen machen. Und ich bin froh, dass wir in den letzten Wochen ein Gemeindepaket schnüren konnten in einer noch nie dagewesenen Dimension mit einer Milliarde an Mitteln, die vom Bund in die Gemeinden fließen, um dort Projekte zu unterstützen, wie Bau oder Sanierung von Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen, Sportstätten oder der Breitbandausbau. Ich möchte mich ganz herzlich beim Finanzminister bedanken, der hier hauptverantwortlich war, aber auch dem Vizekanzler Danke sagen für die gute Zusammenarbeit in der Koalition. Und ich danke auch den Verantwortlichen in den Gemeinden, dem Präsident Riedl für die Gemeinden, dem Bürgermeister Ludwig für die Städte und natürlich ganz besonders auch dem Landeshauptmann Thomas Stelzer als derzeitigen Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz. Ich bin froh, dass wir mit diesem Paket die Gemeinden nicht nur finanziell unterstützen können, sondern zwei Ziele gleichzeitig vereinen können. Zum einen die Modernisierung von Kindergärten, Schulen und viel mehr, was direkt für die Bevölkerung vor Ort relevant ist. Und zum anderen natürlich belebt das die regionale Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze in einer Zeit der Krise. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler, bitteschön. Ja, danke auch für Ihr Interesse. Danke auch allen Beteiligten für dieses wirklich gut verhandelte Paket und auch in seiner Dimension einmalig. Es ist aber allerdings auch eine einmalige Krise, ein einmaliger Einschlag. Es ist nicht die einzige Krise, die wir haben. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich darauf verweise, dass wir mit der Ökologisierung des Gemeindepakets auch dazu beitragen können, dass die Klimaziele, die wir uns im Regierungsprogramm gemeinsam vorgenommen haben, umso besser erreicht werden können. Also, wenn Sie so wollen, zwei Krisen auf einmal bekämpfen. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Neben den ökologischen Schwerpunkten, die in den letzten Tagen gemeinsam vorgestellt wurden, auch von der Regierung, wie für die Mobilität mit 300 Millionen oder der ökologische Gewässerschutz eben gestern erst mit 200 Millionen, jetzt auch das Gemeindepaket mit wirklich ökologischen Inhalten auch. Aber trotzdem, grundsätzlich geht es bei den Kommunen natürlich darum, Gemeinden, Städte, dass wir die Investitionskraft heuwegs erhalten. Warum das nun wieder? Wenn wir uns das über ganz Österreich und das Bundesgebiet anschauen, sehen wir, dass alle Kommunen zusammen die größten Investoren sind. Und das würde natürlich dramatisch fehlen jetzt. Es sind der Art nach Investitionen, die vor allem die regionale Wirtschaft anregen. Und auch deshalb ist es so wichtig. Also, da bleibt das Geld im Wesentlichen im Kreislauf. Deshalb ist jeder investierte Euro dort gut angelegt. Wenn man sich die sogenannten Multiplikatorwirkungen anschaut, wird man sehen, dass hier besonders hohe Effekte für die regionale Wirtschaft auftreten. Andere werden sich besser erinnern, auch hier an meiner Seite, dass das kommunale Investitionspaket 17, 18 mit wesentlich weniger Mitteleinsatz seitens des Bundes Gesamtinvestitionen von 1,5 Milliarden angeregt hat. Das würde jetzt ja wesentlich höher gehen. Zumal ja, das wird, denke ich, dann der Herr Finanzminister ausführen, ein Zweckzuschuss von 50 Prozent hier vorgesehen ist. Das ist also auch von dieser Schubkraft her enorm. Nur mehr abschließend die Stichworte. Was mich natürlich besonders freut, ist, wenn hier in den öffentlichen Verkehr investiert wird, aber auch in die Ladeinfrastruktur, die Elektromobilität, die Sanierung von Gebäuden. Auch, so wenige gibt es ja gar nicht im Gemeindeeigentum, ob es jetzt bestehende sind, oder auch Neubauten nach den besseren Klimaschutznormen. Auch das ist wichtig. Und bei diesen Investitionen haben wir auf den ausgegebenen Euro überhaupt den höchsten Effekt an Arbeitsplätzen. Umstellung von Fossil auf erneuerbare, etwa Photovoltaikanlagen auf den gemeindeeigenen Dächern. Da gibt es ja sowieso ein eigenes Programm, um noch schneller voranzukommen. In der Kommune nicht unwichtig, eine hocheffiziente Straßenbeleuchtung. Man möchte nicht meinen, was das energetisch bringt, wenn wir das über die nächsten Jahre hier großzügig austauschen. Also das ließe sich noch beliebig fortsetzen. Mir ist es aber auch wichtig, die anderen Investitionen als sehr bedeutend hervorzuheben. Das wären ja nicht nur die Kindergärten, das sind Senioreneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen wurden noch nicht genannt. Ja, und die Modernisierung insgesamt, das wird sich aber auch über dieses Projekt hinaus weiterziehen. Klamm auf müssen die Investitionen ins Breitband, ganz wesentlich. Ja, damit bei der Anzahl der vielen Rednern darf ich jetzt mal aufhören. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, Herr Finanzminister Gernot Blümel, bitteschön. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben in der ersten Phase der Krise, wie es schon angesprochen worden ist, daran gearbeitet, dass die Ausbreitung des Virus verlangsamt wird und auch gleichzeitig Hilfsfonds aufgesetzt, um den Unternehmen durch die Krise zu helfen. Der Fixkostenzuschuss, der auch Teil des Ganzen ist, kann ja seit letzter Woche beantragt werden. Wir haben hier bereits einige hundert Anträge, die in Abwägung stehen. Der zweite Teil ist natürlich das Arbeiten am Wiederaufschwung für Österreich, am Comeback-Paket. Und hier haben wir bereits einige Pakete vorgestellt, zum Beispiel das Wirtshauspaket im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro, sowie auch das Investitionspaket in den öffentlichen Verkehr von bis zu 300 Millionen Euro. Mit dem heutigen Investitionspaket setzen wir einen weiteren wesentlichen Baustein für den Wiederaufschwung. Denn gerade in den Kommunen, in den Gemeinden und Städten passiert viel an wirtschaftlicher Wertschöpfung. Und natürlich leiden auch die Gemeinden und Städte unter den Einnahmenverlusten durch die Corona-Krise. Das ist auf Bundesebene genauso wie in Ländern, Städten und Gemeinden. Das WIFO hat für April gerechnet, also mit Daten aus April, dass die Länder bei den Ertragsanteilen ein Minus von etwa 7,3 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen haben und die Gemeinden für heuer minus 6,8 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung kalkulieren müssen. Das sind Zahlen aus dem April vom WIFO. Es gibt noch keine genaueren Schätzungen. Die Situation ändert sich wöchentlich und deswegen wird man noch einige Zeit lang warten müssen, bis man validere Zahlen hat. Die Wirtschaftsforscher rechnen damit, dass es im Herbst der richtige Zeitpunkt ist, um einen ersten Kassasturz vornehmen zu können. Damit wir aber auch in dieser schwierigen Zeit den Ländern und Gemeinden die nötigen Mittel zur Verfügung stellen können, um volkswirtschaftliche Anreize zu setzen, haben wir dieses Gemeindeinvestitionspaket auf den Weg gebracht. Wie sieht es aus? Es hat das Volumen von einer Milliarde Euro und wir unterstützen damit einerseits bestehende Investitionen, aber auch zukünftige. Das ist ein großer Unterschied zum letzten kommunalen Investitionsprogramm, wo ja ausschließlich 25 Prozent von zusätzlichen Investitionen gefördert worden sind. Hier werden wir bis zu 50 Prozent einerseits von bestehenden und von zukünftigen Projekten fördern. Die möglichen Projekte, die gefördert werden, sind Einrichtungen von Kindergärten bis über Schulen, Seniorenheime, Sportstätten etc., öffentlichen Verkehr, Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Richtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, Ausbau von Breitband, die Sanierung von Bauwerken, Kirchenmuseen, Martell, Kulturenrichtungen etc. Also vieles kann hier beansprucht werden. Der Zeitraum, der läuft bis 31. Dezember 2021. Also auch hier haben wir Vorsorge getroffen, dass genügend Planungszeitraum besteht. Sehr wichtig, wie ist die Aufschlüsselung, wie viel Geld jede Gemeinde, jede Stadt bekommt. Das basiert auch auf dem damals ausverhandelten Schlüssel 2017. Das ist eine Mischung aus dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel und der Einwohnerzahl. Und daraus lässt sich sehr genau errechnen, wie viel jede Stadt, jede Gemeinde auch an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung gestellt bekommen wird. Vielleicht nur ein paar Beispiele, um sich eine Vorstellung machen zu können. Die Gemeinde Siljan mit ca. 2.000 Einwohnern wird einen Zuschuss von bis zu 200.000 Euro erhalten können. Hartberg mit knapp 7.000 Einwohnern bis zu 700.000 Euro. Die Stadt Steier beispielsweise mit knapp 40.000 bis zu 4,5 Millionen zusätzliche Mittel. Graz bis zu 36 Millionen und Wien bis zu 238 Millionen Euro zusätzliche Mittel für Investitionen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Herr Präsident des Gemeindebundes, bitte, Alfred Riedl. Bitteschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten Wochen hat sich, glaube ich, schon leider wieder deutlich gezeigt, dass unsere Städte und Gemeinden das Rückgrat unserer Gesellschaft und unseres Staates sind. Und die Bürgermeisterinnen, die Bürgermeister, die vielen Freiwilligen in unseren Gemeinden, die Gemeindemitarbeiter, sie haben einen ganz wesentlichen Anteil, damit wir diese Krise gemeinsam meistern konnten. Und dieser enorme Beitrag, ob die Kommunikation der Maßnahmen der Bundesregierung, die Serviceleistungen für die Bürger, das Funktionieren der Daseinsvorsorge, die sozialen Dienste, das alles hat dazu beigetragen, dass der Alltag in den letzten Wochen ganz einfach funktioniert hat. Ob Kinderbetreuung, Trinkwasser, Kanal- und Abfallentsorgen, es waren immer die Gemeindemitarbeiter, es waren immer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für unsere Menschen und für unsere Landsleute tagtäglich also da waren. Jetzt aber, das sage ich auch ganz offen, jetzt brauchen wir Hilfe. Die Gemeinden sind die wichtigsten öffentlichen Investorinnen in den Regionen unseres Landes und sie haben einen ganz beachtlichen Beitrag für die lokale, regionale Wirtschaft jedes Jahr geleistet. Wenn nun unsere Einnahmen fehlen und wenn also hier in den Sorgen des täglichen Betriebes die Frage gestellt wird, was mache ich zuerst, dann kann es natürlich passieren, dass die wichtigen Investitionen in unsere Infrastruktur gefährdet wären. Daher auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Bundesregierung, dass es möglich war, in diesem Rahmen und in dieser Größenordnung ein Paket zu verhandeln, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt neu statt. Ohne den lokalen Motoren und den lokalen Investitionen der Gemeinden würde der österreichischen Wirtschaft viel schwieriger gelingen, wenn überhaupt. Und daher, also ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir unser Investitionsvolumen auch wiederum also starten können. Ja, wir haben diese Situation, die wir jetzt in den kommunalen Investitionen für die regionale Wirtschaft brauchen, also auch ein bisschen berechnen lassen. Das heißt, es sind zigtausende Arbeitsplätze, die wir sichern und daher mit einer Milliarde und 50 Prozent Zuschuss, relativ unbürokratisch für begonnene und für neue Projekte, kann sofort unter Anführungszeichen, auch wenn wir, wie jeder Unternehmer, wie jede Familie, das eine oder andere zurücknehmen in schwierigen Zeiten, jetzt wieder daran gedacht werden, auch in zukunftsfähige Infrastruktur, in nachhaltige Projekte zu investieren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass zusätzlich geplante Förderschäden wie Glasfaseraufbau, Siedlungswasserwirtschaft, Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch weiterhin zusätzlich noch da sind, sodass wir annehmen können, dass unser jetziger Beitrag, den wir leisten können als lokale Wirtschaftsmotoren, also annähernd wieder auf das Vorjahresniveau zurückkommen wird. Daher ein ganz, ganz großes Danke, weil dieses Volumen, also diese Größenordnung als zusätzliches neues Geld in unseren Gemeinden uns helfen wird, die geplanten Projekte und die begonnenen Projekte auch fortzusetzen. Dankeschön. Herr Städtebund, Präsident Bürgermeister Michael Ludwig. Ja, ich kann nahtlos anschließen an den Präsidenten des Gemeindebundes. Der Städtebund organisiert 256 Städte in Österreich und zwar jene, die mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben und so wie auch die Mitglieder des Gemeindebundes sind die Städte in besonderer Art und Weise gerade jetzt während der Krise gefordert. Durch eine Reihe von Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben, also auch im finanziellen Bereich, ich denke nur daran, dass die Kommunalsteuer sich stark reduziert hat, die Ertragsanteile, aber auch für viele Gemeinden sehr wichtig, die Fremdenverkehrsabgabe. Von daher begrüße ich außerordentlich, dass die Bundesregierung ein solches Investitionspaket verabschiedet hat in einer sehr beachtlichen Größenordnung, denn das ist wichtig, weil Städte und Gemeinden gerade für die Regionalwirtschaft ganz von besonderer Bedeutung sind. Wir haben errechnet, rund 3,8 Milliarden werden beauftragt von Städten und Gemeinden, insbesondere auch in der Regionalwirtschaft, ist besonders für Klein- und Mittelbetriebe ein ganz wichtiger Auftraggeber. Ich möchte aber mit dem Dank auch das Ersuchen mit anschließen, auch darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten es geben kann, diese Investitionsunterstützung auch zu verwenden für Maßnahmen, die im laufenden Betrieb der Städte und Gemeinden notwendig sind. Denn wir sehen jetzt schon, dass es österreichweit rund 300 Abgangsgemeinden gibt. Gemeinden, und dazu gehört jetzt nicht Wien, nur damit nicht ein falscher Eindruck entsteht, Gemeinden, die jetzt schon sehr stark mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Also von daher wäre es gut, darüber nachzudenken, ob man nicht einen Teil dieser Investitionsförderung auch verwenden kann für die finanziellen Probleme der Städte und Gemeinden im laufenden Betrieb, denn diese können nur investieren und den 50 Prozent Anteil erbringen, wenn sie überhaupt in die Lage versetzt werden, diese 50 Prozent, die auch notwendig sind, von den Städten und Gemeinden einsetzen zu können. Oder es gibt, wie wir das auch im Städtebund gefordert haben, einen Auffangsschirm für die Ertragsanteile oder auch eine Abgeltung der Auswirkungen der Kurzarbeit in der Kommunalsteuer. Also noch einmal danke für dieses Investitionspaket, das insbesondere auch mit dem ökologischen Schwerpunkt ganz, ganz wichtig ist. Zwei wichtige Fliegen mit einer Klappe schlägt, Investitionen zu fördern und auch einen Schritt im Bereich der Ökologisierung zu setzen. Gleichzeitig möchte ich aber das Ersuchen mit anschließen, auch namens der 256 Städte in Österreich, dass man überlegt, ob es nicht auch für die Möglichkeiten, das Schaffen der Möglichkeiten auch den 50-Prozent-Anteil mit einzubringen, entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Vielen Dank. Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Landeshauptmann Thomas Stelzer, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, von den staatlich vorgesehenen Strukturen oder Stellen sind es mit Sicherheit die Gemeinden und die Städte, die am unmittelbarsten das Gemeinschaftsleben organisieren und gestalten. Und die werden daher auch am unmittelbarsten von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gefordert. Und sie investieren eben auch in diese Lebensqualität vor Ort. Die Bereiche sind genannt worden, von der Kinderbetreuung in eine breite Palette bis hin zu der für Homeschooling und Homeoffice so notwendigen Breitbandversorgung beispielsweise. Und natürlich trifft es dann besonders die Gemeinden und Städte, wenn auch sie, so wie wir alle, weniger Einnahmen haben für laufende Vorhaben, aber auch für das, was beispielsweise für das nächste Jahr geplant ist. Wir Länder organisieren ja mit den Gemeinden in den Bundesländern gemeinsam die Investitionsvorhaben, indem wir beispielsweise dafür auch die landesrechtlichen Rahmen bilden. In Oberösterreich ist das beispielsweise so, dass wir zurzeit ermöglichen, dass die Eigenmittelanteile der Gemeinden auch durch Kredit finanziert werden können, damit wir eben den Schub und den Schwung im System halten und keine Stillstände produzieren. Das geht also in einem guten Miteinander vor Ort. Ich danke sehr der Bundesregierung für dieses große Programm. Eine Milliarde Euro, sehr geehrte Damen und Herren, da wären wir Länder alle einzeln überfordert gewesen, das in dieser Dimension bereitzustellen, weil das einen Bereich trifft, der zwar an den Gemeinden und Städten festgemacht ist, der aber ganz viel auch die regionalen Wirtschaftsunternehmen und damit auch die Arbeitsplätze vor Ort betrifft. Denn Gemeindeinvestitionsprojekte, das sind in aller Regel solche, die die unmittelbare regionale Wirtschaft auch mit ins Boden nehmen und damit dann auch Arbeitsplätze vor Ort in allen Bundesländern, in allen Bezirken und Gemeinden unseres Landes entsprechend unterstützen. Daher würde ich sagen, dieses Gemeindepaket ist ein ganz starkes Immunmittel gegen Stillstand oder gar gegen einen Abschwung, sondern hilft mit, dass wir die unmittelbaren regionalen Wirtschaftskreisläufe und damit auch die Arbeitsplätze hoffentlich gut sichern können. Vielen Dank. Wir kommen nun zum Fragenteil und dürfen Sie einladen, Fragen zu stellen? Bitte sehr. Als erster gemeldet hat sich von der Austria Presse Agentur der Herr Hammer und dann glaube ich von der ZIP der Herr Dietlmacher. Bitte schön. Ja Herr Bundeskanzler, ich wollte das nachfragen, was auch der Herr Bürgermeister Ludwig angesprochen hat. Die Forderung stand ja im Raum vor allem vom Städtebund, ich glaube nicht nur eben auch den Entgang bei den Kommunalsteuereinnahmen zu ersetzen, bei den Ertragsabteilen was zu tun. Ist das für Sie denkbar oder ist das eher ausgeschlossen angesichts der finanziellen Lage derzeit oder auch an den Finanzminister natürlich? Also ganz prinzipiell sind wir im guten Austausch mit den verschiedenen Gesprächspartnern über die verschiedenen Bereiche, sowohl mit den Sozialpartnern als auch mit dem Städte- und Gemeindebund sowie den Landeshauptleuten und mit den Wirtschaftsforschern und Wirtschaftsforschern. Was sicherlich klar ist, ist, dass wir die Corona-Krise nicht zu 100 Prozent kompensieren können werden. Also die Herausforderungen werden wir auf Bundesebene spüren, aber natürlich auch in den anderen Verwaltungsbereichen. Dennoch haben wir uns dafür entschieden, dass wir so viel helfen wollen, wie es braucht. Und mit diesem kommunalen Investitionsprogramm decken wir einen Großteil der Probleme, die es gibt ab. Ich weiß, es gibt auch weitere Vorstellungen und Forderungen. Wir schauen uns alle im Detail an. Insgesamt glaube ich, dass es ein sehr, sehr gutes Paket ist. Herr Bundeskanzler, ich möchte die Chance ergreifen, nachdem Sie hier mit Vertretern auch der Regionen sozusagen beisammen stehen hier. Sie haben am Wochenende eine Idee in einem Interview ventiliert, dass man die Lockerungen, die es in Österreich ergeben wird, hoffentlich in nächster Zeit, dass man die regional unterschiedlich machen kann. Je nachdem, wie sehr einzelne Regionen betroffen noch sind vom Coronavirus oder nicht. Da würde mich interessieren, was Sie da genau für Vorstellungen haben. Und mich würde natürlich auch interessieren, was der Herr Bürgermeister Ludwig als Bürgermeister von Wien oder der Herr Landeshauptmann Stelzer dazu sagen, der Vizekanzler vielleicht. Und für den Vizekanzler habe ich nur eine Frage in dem Rucksack mitbekommen und zwar von unserer Sportredaktion. Was ist denn mit Spielberg und mit Formel 1? Auch da geht es ja um eine regionale Wirtschaftsmöglichkeit, die vielleicht kommt oder nicht. Danke. Also, ich muss Sie vielleicht ein Stück weit korrigieren, weil es ein bisschen anders war. Der Landeshauptmann Kaiser hat die Idee ventiliert, beziehungsweise mehrfach gefordert, dass es ein regional unterschiedliches Vorgehen braucht, weil die Situation in den Regionen auch unterschiedlich ist. Wenn wir nach Kärnten zum Beispiel blicken, da haben wir über die letzten Wochen so gut wie täglich null Neuinfizierte. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es überhaupt nur noch zwei Corona-kranke Personen in Kärnten im Moment. Und daher hat der Landeshauptmann Kaiser eingefordert, mehrfach in Sitzungen, als wir mit den Landeshauptleuten in Kontakt waren, aber auch öffentlich, dass es hier sinnvoll wäre, wenn gewisse Regionen, die ganz besonders gut unterwegs sind, beziehungsweise wo es vielleicht überhaupt keine Corona-Fälle mehr gibt, eben auch schneller mit den Lockerungen voranschreiten können. Wir haben das als Bundesregierung, der Vizekanzler und ich, zur Kenntnis genommen, wir respektieren das und haben heute mit den Landeshauptleuten in einer Videokonferenz noch einmal dazu gesprochen. Der Kärntner Landeshauptmann hat das gefordert. Der Bürgermeister Ludwig hat sich da eher skeptisch geäußert, ohne jetzt zu viel aus der Sitzung zu verraten. Und wir haben vereinbart, dass der Landeshauptmann Kaiser hier einerseits Vorschläge machen wird und zum anderen wir als Bundesregierung auch mit Thomas Stelzer, dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, hier stellvertretend für alle Bundesländer dann in einen Dialog eintreten wollen. Grundsätzlich kann ich der Idee von Landeshauptmann Kaiser was abgewinnen. Ich habe Verständnis dafür, dass wenn es in einer Region überhaupt keine Corona-Fälle mehr gibt, dass die Menschen dort sagen, naja, was soll das mit den Masken oder warum gilt für uns das Gleiche wie anderswo. Das ist eine Debatte, die wir führen werden müssen. Was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir generell bei den Regeln eine Vereinfachung zustande bringen. Es braucht mehr Eigenverantwortung, es braucht mehr Hausverstand. Das sind, glaube ich, die wichtigen Überschriften für die Phase, in die wir uns jetzt bewegen. Die Phase des allgemeinen Lockdowns ist vorbei. Die Phase der detaillierten Vorgaben, die wird die Menschen irgendwann überfordern. Und insofern braucht es natürlich mehr Eigenverantwortung, mehr Hausverstand, möglichst einfache Regeln, die sich die Menschen, die sich daran halten wollen, auch merken können. Und ja, je unterschiedlicher die Situation wird, desto mehr macht natürlich auch der Vorschlag von Landeshauptmann Kaiser Sinn. Generell kann man für Österreich sagen, dass wir quer durchs Land eine gute Entwicklung haben. Im internationalen Vergleich steht Österreich sehr, sehr gut da. Aber wir müssen natürlich wachsam bleiben, damit das auch weiterhin so gelingt und wir die Wirtschaft hochfahren können und wieder die Normalität zurückgewinnen können, die uns allen ein Herzensanliegen ist. Danke. Die Reihenfolge der Fragestellung war, glaube ich, Herr Bürgermeister, Herr Landeshauptmann und dann der Herr Vizekanzler. Vielleicht gehen wir in die Reihenfolge, bitte. Ich bin stolz Bürgermeister jener Stadt in der Europäischen Union zu sein, und zwar Millionenstadt, die, was die Infizierten betrifft, die Erkrankten betrifft, auch die Todesfälle betrifft, erfreulicherweise, so tragisch jeder einzelne Fall ist, im internationalen Vergleich am besten liegt. Meines Wissens hat nur Oslo geringere Zahlen bei einer geringeren Einwohnerzahl, also von daher ist Wien als Großstadt sehr gut durch die Krise gegangen, entgegen mancher sonstiger Behauptungen. Darauf bin ich stolz. Aber vielleicht noch zu Ihrer Frage, Herr Titelbacher, da möchte ich vielleicht nur ein Beispiel bringen. Ich bin auch stolz Bürgermeister einer Stadt zu sein mit einem hervorragenden Gesundheitssystem. Und gestern haben wir gehört, dass es gelungen ist, dem Wiener AKH einer Frau, und zwar das erste Mal europaweit, eine Lunge zu transplantieren, die von Covid-19 betroffen war. Das erste Mal in ganz Europa. Und ich freue mich sehr, dass wir damit einer Kärntnerin die Lebensqualität verbessern konnten. Und richtig ist, es wird eine Kärntnerin auf der Intensivstation in Wien liegen, ja. Und ich suche vor allem die gute Zusammenarbeit mit allen Bundesländern. Ich denke, Österreich ist zu klein, im Unterschied zu manchen deutschen Bundesländern, um hier besondere Trennungsmaßnahmen vorzunehmen. Dazu sind manche Wege zu intensiv, wenn ich nur auch an die verschiedenen Beschäftigten denke, die über Bundesländergrenzen hinweg tätig sind. Also von daher müsste es ein gutes Konzept geben, das ich bis heute nicht kenne. Aber wir sind allen Vorschlägen immer sehr offen. Aber es muss Sinn machen. Und es sollte auch medizinisch, wissenschaftlich basiert erklärbar sein. Der Landeshauptmann Kaiser hat sich bereit erklärt, auch hier Vorschläge zu machen. Ich glaube, bei der erfreulichen Entwicklung, die Gott sei Dank mittlerweile unsere Gesundheitssituation wieder bietet, gegen all der Befürchtungen, die wir zu Beginn hatten, kann man mittlerweile schon darüber beraten, welche regionalen spezifischen Maßnahmen könnten den Sinn machen. Wichtig sind mir nur ein paar Punkte. Erstens, es muss Übersichtlichkeit für die Bevölkerung geben. Was gilt jetzt wo und woran hat man sich zu halten? Das darf nicht zu kompliziert werden. Ein anderes ist das Thema Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Pendlerinnen und Pendler, die über Landesgrenzen natürlich hinaus auch zu betrieben und damit dann vielleicht auch zu Freizeitaktivitäten unterwegs sind. Daher, wenn es den Vorschlag von Peter Kaiser gibt, werden wir uns den gemeinsam anschauen und dann hoffen, dass wir auch einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen können. Ja, zwei Fragen. Das eine ganz geschwind, also wenn mehr Regionalisierung dazu tendieren wir jetzt ja tatsächlich, dann aber erst recht das Generalmotto mit Hausverstand und auf Eigenverantwortung setzend, also auch was etwaige abgeleitete Sonderregelungen, dann wohl Lockerungen zusätzlicher Ort betreffen würde. Wissenschaftlich passiert immer noch besser natürlich. Apropos wissenschaftlich passiert, das führt zum Sport. Ich darf erinnern, wie das bei der Bundesliga war. Da habe ich mich ja auch als Vermittler angeboten, die Verordnungen gibt ja das Gesundheitsministerium heraus und jetzt werde ich ja die Parallelen zu Spielberg bringen. Nur einfach war es auch nicht. Es haben alle geglaubt, wenn Deutschland das macht, mit Bundesliga und Geisterspielen können wir auch. Erstens hat der österreichische Fußball eine völlig andere ökonomische Struktur. Das ist das eine. Aber zweitens waren immer die gesundheitspolitischen Empfehlungen, Task Forces, Richtlinien auch nie gleich beginnen. Stichwort Wissenschaft. Also hat das Robert-Koch-Institut in Deutschland andere Empfehlungen gehabt, mit denen wir hier gearbeitet haben. Trotzdem ist es dann gelungen und wir haben uns da von Anfang weg das Sportministerium angeboten. Sie wissen, dass das zwischendurch einmal ein paar Tage gesteckt hat und dann ist es wieder weitergegangen. Ähnlich meine Prognose für Spielberg, für die Formel 1. Das wären aufgrund des Kalenders ja so ziemlich die ersten Rennen, denke ich. Und deswegen ist die Region verständlicherweise da sehr daran interessiert. Wie geht das nun wieder? Ich glaube von den gesundheitspolitischen Vorgaben, was den eigentlichen Sport betrifft. Das hatte ich glaube an der Stelle vor Wochen aber schon grundgetan. Wird es kein größeres Problem geben, wenn man Art und Weise dieser Sportart betrachtet, was Abstände betrifft. Oder allenfalls muss man den Boxen Vorkehrungen treffen. Oder auch die Ausrüstung der Menschen, die dort ihren Sport ausüben. In Wahrheit ist es von wesentlich größerem Belang, wie andere Vorschriften zum Greifen kommen, mit dem das Sportministerium schon gar nichts mehr zu tun hat. Das sind Ein- und Ausreisebestimmungen, weil da geht es doch um eine größere Anzahl von Menschen. Das sind die Bestimmungen zur Beherbergung und Hotellerie, weil die müssen auch dort schlafen. Und zur Gastronomie. Die gibt es aber alle. Und wenn das alles eingehalten wird, dann würde dem nichts im Wege stehen. Ich sage ja, wir sind hier möglicher und keine Verhinderer. Und ich weiß auch, dass Gesundheitssicherheitskonzepte in Austausch sind, so wie das bei der Fußball-Bundesliga war. Jetzt aber von der Formel 1 zum Gesundheitsministerium kümmere ich mich aber selber nicht um die Details. Wenn wieder Vermittlung notwendig ist, werde ich mich gerne zur Verfügung stellen, wie gesagt. Hauptausschlaggebend sind, glaube ich, Richtlinien, die gar nicht so sehr mit Sport zu tun haben, sondern eher mit Ein- und Ausreisebestimmungen. Möglicherweise ist es ein erster Anwendungsfall für regionale Erleichterungen, weil die Anzahl dieses Trosses kann doch eine Größe erreichen, sodass man irgendeine Art von Ausnahmeregelung herbringen muss. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt, dass hier einen Bedarf an Regelung gibt. Weil das sind doch viele hunderte Personen, die hier quasi als Veranstaltung dann auftauchen. Wie das genau gelöst werden kann, weiß ich noch nicht, aber ich bin auch da zuversichtlich und möglicherweise haben wir schon eine regionale Lösung dann. Dankeschön. Puls 4, Herr Patroel, bitte. Wieder zurück zu diesem Paket für die Gemeinden und Städte. Die Vertreter der Gemeinden und Städte haben Anfang Mai in einer Pressekonferenz Zahlen präsentiert, wo sie davon ausgehen, dass im günstigsten Fall der Finanzbedarf bzw. der Entgang 900 Millionen sei. In einem anderen Szenario bis zu 2 Milliarden. Davon ausgehend, jetzt stand heute, ist diese eine Milliarde nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wird das reichen oder ist da noch mehr Bedarf da wahrscheinlich innerhalb des Jahres? Und noch eine Frage an den Vizekanzler und den Finanzminister, weil heute Nachmittag wieder die Lockerungen im Kulturbereich präsentiert werden. Die neue Staatssekretärin hat ja gesagt, das ist eines ihrer ersten Anliegen, dass sie Hilfen für freischaffende Künstler machen will. Sind Sie da in Gesprächen? Bis wann wird es da einen konkreten Plan geben in diesem Bereich für die ganzen Freischaffenden? Da geht es ja teilweise wirklich sehr massiv um Existenzen und da drängt ja die Zeit. Danke. Ich darf vielleicht zur ersten Frage kurz etwas sagen, um da ein Missverständnis aufzuklären, das anscheinend besteht. Wenn Sie sich international umschauen, dann werden Sie wahrscheinlich keinen Staat der Welt finden, der sich in diesem Jahr nicht verschulden muss. Und wenn Sie nach Österreich blicken, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber kann ich Ihnen verraten, wahrscheinlich wissen Sie es eh schon, dass auch die Republik Österreich in diesem Jahr massiv Schulden machen wird müssen. Selbiges gilt für alle neun Bundesländer und selbiges gilt auch für die Gemeinden und Städte. Wir leben als Gemeinden und Städte, als Bundesländer, als Republik von Steuereinnahmen und in einer Zeit der Wirtschaftskrise fallen die geringer aus. In einer Zeit der Corona-Pandemie steigen darüber hinaus die Ausgaben und insofern sind die Budgets überall auf allen politischen Ebenen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist eine Realität und die lässt sich auch nicht ändern. Ja, auch zur konkreten Frage, wie Sie ja selbst gesagt haben, wir wissen in Wahrheit noch gar nicht die Dimension, in welche Richtung es am Ende abgerechnet werden kann. Das heißt, für uns ist eines wichtig. Zum einen einmal, im Staat sind wir alle gemeinsam und wir waren bemüht, ganz dringend auch für uns Liquiditätsrahmen zu schaffen, die es uns ermöglichen, unseren laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Da hat der Nationalrat sehr rasch beschlossen das Gesetz, dass wir in der Lage sind, auch laufende Kassenkredite aufnehmen zu können. Punkt eins. Punkt zwei. Jetzt geht es für uns um den Neustart, um den Ausfall so gering wie möglich zu halten und das ist sozusagen etwas, wenn angedacht bis zu zwei Milliarden fehlen werden und eine Milliarde neues Geld jetzt kommt vom Bund, dann ist das nicht wenig, sondern dann ist beachtlich viel, so etwas hat es noch nicht gegeben. Und wenn wir das als Thema im Konkreten ganz spezifisch für den Neustart einsetzen, um dann am Ende die Ausfälle so gering wie möglich zu halten, wenn es gelingt, die lokale Wirtschaft also anzukurbeln, dann haben wir alle wieder gewonnen. Ja, Staat sind wir alle. Dazu bekennen wir uns auch auf allen Ebenen. Das dürfen wir auch in dieser Runde sagen. Es wird nicht einfach. Es wird vielleicht auch nicht reichen. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen noch heute nicht, wie in einem halben Jahr oder in einem Jahr abgerechnet wird. Aber fürs Erste muss man ganz offen und ehrlich sagen, bei den Vorgaben, die wir haben, ob 900 oder 2 Milliarden, 1 Milliarde jetzt auf den Tisch zu legen, ist beachtlich. Und dafür sagen wir großes Dankeschön. Bitte. Ja, eine Milliarde Investition ist ein großer Brocken und ist ein, glaube ich, im Einvernehmen gut erzieltes Projekt. Aber ich habe schon betont, dass man manche Städte und Gemeinden in die Lage versetzen muss, diesen Anteil von der Milliarde auch nutzen zu können. Da gibt es starke Signale, dass man diese Investitionsmöglichkeiten nutzen kann, auch für die Finanzierung des laufenden Betriebs. Aber man muss darauf hinweisen, dass das eine Grundvoraussetzung ist, für manche Gemeinden in die Regionalwirtschaft Impulse setzen zu können. Also von daher, ja, sehr gutes Paket. Allerdings ein bisschen mit dem Nachsatz. Es muss darauf geachtet werden, dass alle Gemeinden in die Lage kommen. Insbesondere deshalb, weil sie ein ganz wichtiger Impulsgeber für die Regionalwirtschaft sind und österreichweit 3,8 Milliarden in die Wirtschaft pumpen. Von daher ist das sicher ein großer Vorteil, wenn es weitere Investitionsmöglichkeiten gibt. Ja, zur Frage, die an mich gerichtet wurde. Tatsächlich sprechen Sie an einen möglichen Fonds für freischaffende Künstlerinnen und Künstler. Da gibt es ein Konzept in der Tat. Das ist nicht nur in Ausarbeitung. Das wäre fertig. Das wird eben besprochen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da rasch vorankommen. Jetzt hätte es schon die Möglichkeit gegeben, bei allen Schwierigkeiten, aber nicht aussichtslos offen gestanden, auch den Härtefallfonds zu nutzen, weil viele der Freischaffenden ja quasi wie ein Ein-Personen-Unternehmen zu betrachten sind. Dort wird ja auch ständig nachgebessert. Aber ja, an diesem eigenen Fonds für freischaffende Künstlerinnen und Künstler wird mit Hochdruck gearbeitet. Und ich gehe davon aus, dass es auch bald ein Ergebnis gibt. Zwei Sätze zu dem hier ständig debattierten. Solange sich die Republik als Ganzes jetzt, alle Gebietskörperschaften zusammengedacht, um derartig günstige Konditionen Geld aufnehmen kann, halte ich das alles für lösbar. Ja, wir haben jetzt quasi 0% Zinsen ohne Inflationseinberechnung. Wenn wir künftig die Inflation noch in Betracht ziehen, würde ich einmal davon ausgehen, dass wir noch längere Zeit hin uns de facto, de facto um 0% Geld aufnehmen können. Dann sollten diese Probleme lösbar sein. Danke. Wir müssen leider schon langsam zum Schluss kommen. Das heißt, noch eine Frage von ATV, Herr Gmeiner. Und den Rest müssen wir bitte bilateral klären. Danke. Eine Frage an den Finanzminister. Es war jetzt zum Gemeindepaket. Es war mehrfach die Rede von einem ökologischen Schwerpunkt. Wie schaut der abseits von der thermischen Sanierung in der Branche aus? Und dann noch eine Frage an den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler. Es gab am Wochenende einige Aufregungen um die Missachtung der Corona-Sperrstunde durch den Bundespräsidenten. Die FPÖ spricht davon nach Verhöhnung der Bevölkerung. Wie ist der Ihr Standpunkt? Danke. Zu der an mich gerichteten Frage gibt es viele Elemente. Wir haben definiert, dass in den verschiedensten Bereichen dieser Zuschuss für Investitionen auch herangezogen werden kann. So unter anderem auch in den öffentlichen Verkehr, was ja ein wesentlicher Teil von dem von Ihnen angesprochenen Politikbereich darstellt. Sowohl als auch in die Instandhaltung und Sanierung von thermisch-energetischen Bereichen, die Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, Photovoltaik etc. und bessere Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Also hier gibt es verschiedenste Aspekte, die in den von Ihnen genannten Bereich zum Tragen kommen. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler, Sie die Frage. Ja, ich habe den Medien heute entnommen, dass der Herr Bundespräsident den Vorfall nicht nur bedauert, sondern es ihm aufrichtig leidtut und offensichtlich hier einen Fehler vorgelegen hat. Ich finde nur den Hinweis auf die sogenannte Freiheitliche Partei sehr animierend. Nur in meinem Bundesland allein, also in der Steiermark, hat es mehrere Vorfälle gegeben, etwa, dass blaue Landtagsabgeordnete Corona-Partys nicht nur angestiftet haben, sondern auch lustig teilgenommen haben und die dort vertretenen Personen dann auch noch ausdrücklich für den Gemeinderat kandidieren. Also ich glaube, man müsste sich hier nicht auf die Zurufe der FPÖ verlassen, um irgendwas Vernünftiges zu sagen. Ja, vieles nicht hinzuzufügen. Ich glaube, es geht allen Menschen in unserem Land gleich, ganz gleich, ob Bundespräsident oder Nicht-Bundespräsident, ganz gleich in welchem Bundesland, in welcher Himmelsrichtung. Wir alle freuen uns, wenn mehr und mehr die Regelungen wieder gelockert werden können und wir mehr und mehr wieder zur Normalität zurückkehren können. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. Vielen Dank. Wie gesagt, weitere Fragen gerne bilateral. Die Folgetermine warten bereits. Wir danken den Vertretern von Bund, Land und Gemeinde. Und Ihnen danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.